wie vom erdböbel verschluckt die spielteile vielleicht müssen wir noch weiter auf den berg rauf wer ist die frage wo bin ich wo sind wir ja wo wir hierhin kommen nur auf das auf das Terrain Prozent wir haben es gefunden das heißt wir dürften von diesen wegen haben wenn ich jetzt quer rüber laufe was ist jetzt quer muss das eigentlich müsste ich jetzt wissen wo genau wir werden da ist das in der turm lol vor allem haben wir doch so nah dran oder täuscht das so in dem spiel schneit es immer noch kein sonnenschein ja dann wären wir wieder hier warte mal wenn ich zurückgehe und den einweg lang denn durch im wald aber dann wäre ich ja doch eigentlich wieder da oder nicht so jetzt ist aber die frage wo zum geier wir jetzt sind das ist es leider der kompass zeigt auf jeden fall wieder in die in diese richtung ich weiß nicht ob der kompass ein bisschen irre ist oder ob uns im kreis führen soll ja okay jetzt jetzt weiter wo geht es jetzt im virus wo gehst du jetzt lang da oben bei dem ding bin ich noch nicht gewesen wir waren ja mal an schon mal näher dran geht man hat fünf meter und er schon fertig wie Hackschnitzel ja das Wort nahm gut genug okay naja diese Geräusche ich kann jetzt von mir ist schon okay so das Spiel hast du nicht bis zu lange mal unterwegs boah 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 keine Ahnung ob jetzt das da oben in dieser Richtung der rote Turm war naja sieht auch aus dass wenn wir schon mal gewesen wären aber es gibt ja vielleicht immer noch ein Winkel den wir noch nicht gesehen haben hier vielleicht hinten wiederum weiter laufen sollen aber ich bin jetzt mal links ab wenn du da mal was suchst oder willst dann auch das spiel zu ende bringen und du verfranst dich dann hast du dann ist so das ist echt ärgerlich hier hier sind die gewählte hier sind die gewählte die Wege alle miteinander zu verbinden ja das ist auch bekannt stand ja bei der letzten Aufnahme ja wir sollten zwischendurch unser Charakter ein wenig Ruhe gönnen der hat jetzt so viel Ruhe gehabt der ganze Woche lang da ist jetzt wieder die Kirche ich glaube da sind wir noch nicht hin die Kirche garstig aber er war klar werden für den Dachstuhl gewesen dr damit haben wir die schon mal entdeckt gab hier war so viele zettel hier hier sind wir leider nicht so viel gewesen zwar hier und da ich habe leider keine koordinate kommen wir denn dahin dass ich mich jetzt nicht unterdudeln alles ist gut alles ist gut gut wir wissen auch dass sie rennen können jetzt in die Kirche wir uns einfach mal hinterher ruft ach jetzt kommt er auch noch von da die schaurige musik jetzt bleibt doch nicht da an dem schulen stein hängen mal ehrlich jetzt und er war nicht wieder der fluss da kommen ich hätte da das heißt wenn die da zwei kommen die wollen ja irgendwas dass wir da nicht hingehen also das heißt eigentlich für uns dass wir bei edgar heißt du edgar da ist der rote turm jetzt da ist die kirche kommen wir denn da hin das wäre doch mal echt schön warte aber da komme ich auch nicht hin als eine schlucht du nervst ja ich will ja da will ich irgendwie hin darum muss ich hin aber ist das tief tja ja guck vielleicht kommen wir da lang wo er ist ich komme ich komme nicht weg hier sind zu viele dicke steine und hier geht es dann nur nach unten das heißt ich muss wieder nach oben schön dass ich hier an so einem scheiß felsen fest hänge geil ja da kommt er schon wieder angezimmelt saubleder weiß ich ob ich den ausrichsen kann ja 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 holla die waldfähige das hier ja nicht ja so es ist über den laufen hoffe ich mal naja so warte mal dass ich hier in der tour und wir von hier aus sein kommen eigentlich ja auch auf 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 immer schon den bergauf so ist er jetzt jetzt wer noch jetzt da mal den roten Turm jetzt bin ich wieder hier wie komme ich denn an diese Kirche ran bin ich komplett aus dem Ruhm gelaufen blödes Game blödes Glück, doof gemacht muss ich sagen wenn man da nicht immer hinkommt so nah und doch so fern so, wo haben wir denn jetzt hier da ist das rote Teil ich weiß, man ist auch die Kirche aber wir kommen auch nicht näher ran ich muss ja total außen rumlaufen damit ich da vorne jemand annähernd also da geht mir dann laufen wir wieder zurück vergiss es, der will von Ihnen kommen ich weiß nicht, ob ich hätte unten weiter laufen können ja, da oben ist er aber wie wird er hinkommen oder auf der anderen Seite des Tals ja, dieses Spiel da ist die ja, geht's nicht lang gehen wir mal hier oben lang da oben ja, aber da kommen wir was hink sind wir doch voll hoch, oder? ja, ja auch scheiße, da kann man gar nicht lang, oder? nein das kann sich nur darum schon handeln laufen wir raus, naja ja, da ist wieder Stonehenge die lauf noch nein, die ganze Zeit wieder zurück ov aus smashing ist das ist ist der typ im Fluss der Wimächte immer ein Aufmerksamkeit so haben wir wieder Krimberg Karte kann man aber sehen da nicht wirklich an der Zeit wir sind zwar jetzt wieder da so aber in welche richtung laufen jetzt ich weiß noch nicht wo da der mond sein soll da muss ja irgendwo unser zelt sein und von da aus könnte man doch dann habe ich nämlich einen anhaltspunkt wird mir auch nicht angezeigt und feuerchen wenn man nicht schlecht weiß wo man hier ist er hat seine ausdauern hier hoch was ist hier oben hier aus sehen wo unser das zählt ist mhm ne ne na toll so das tote mir da ist unser zelt das heißt unser zelt ist hier und jetzt wüsste ich von zelt aus dass die frage wo bin ich gerade gewesen wir von hier gekommen oder sind wir von da gekommen 45 49 doch doch 840 45 84 da habe ich was übersehen 45 84 so was haben wir hier 62 und 51 62 hier auch noch was 251 50 das andere war 51 30 das ist hier dann wir müssen auf jeden fall ja noch drei punkte auf decken das heißt ich muss auf jeden fall da unten in 62 war ja hier oben hier war doch 44 83 genau und dann was 62 62 war hier 42 42 40 das heißt wir müssen hier unten hin haben wir mal zwei und dann richtung bald so dass genau stone age licht jetzt hinter uns heißt es zählt ist der zelt ist jetzt jetzt erzählt es hinter uns damals so das heißt zelt rücken stone age vor uns das heißt wir müssen jetzt haben wir wahrscheinlich jetzt mittendrin stehen darüber das heißt dass ich jetzt die frage dass wir uns nicht wieder verlaufen das jammer weg wo wir dahin kommen den weg hier das heißt ich laufe jetzt geradeaus weiter zwei wege die schlucht rein da gesehen haben wir hier und haben wir den dass uns da nicht wieder verlaufen das heißt ich muss mich rechts halten dann versuchen wir das mal rechts 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 rechts